Wenn du die perfekten Toasts für dein köstliches Frühstück haben willst, brauchst du die passenden Voraussetzungen dafür. Wir haben die Lösung für dich. Denn heute wollen wir drei verschiedene Modelle von vier Scheiben Toaster aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Maschine bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Arendo Edelstahl Toaster. Mit der Defrost-Auftaufunktion kannst du eingefrorenes Brot mühelos auftauen. Und die blauen LED-Kontrollleuchten sorgen für diese futuristische Atmosphäre in deiner Küche. Es ist wie Magie, wenn du siehst, wie das Brot langsam auftaut, bereit, perfekt geröstet zu werden. Du kennst das sicher. Du machst dir Toast, telefonierst kurz, vergisst darauf und am Ende ist er viel zu kalt. Das wird dir mit dem Arendo Toaster nicht mehr passieren. Die Reheat-Taste ermöglicht es dir, deinen Toast wieder aufzuwärmen, ohne dass er trocken wird. Der Drehregler für Bräunungsgrade von 1 bis 6 ist einfach perfekt. Ich mag meinen Toast etwas dunkler, also stelle ich ihn auf 4 und voilà, genau richtig. Das Display mit Restzeitanzeige ist auch super praktisch. Du weißt immer, wie lange es noch dauert, bis dein Toast fertig ist. Aber das ist noch nicht alles. Der Arendo Toaster hat einen integrierten Brötchenaufsatz. Ja, du hast richtig gehört. Du kannst dir morgens nicht nur Toast machen, sondern auch noch Brötchen aufwärmen. Das ist doch der Wahnsinn. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Toaster auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den WMF Bueno Pro Toaster. Dieser Toaster ist wie ein Alleskönner in der Küche. Gefrorenes Brot am Morgen? Kein Problem. Die Auftauffunktion sorgt dafür, dass du auch in der Hektik nicht auf deinen geliebten Toast verzichten musst. Und wenn du vergessen hast, den Toast rechtzeitig zu essen und er erkaltet ist, kein Stress. Die Nachtost-Slash-Aufknusper-Funktion bringt ihn im Handumdrehen wieder auf die perfekte Temperatur. Aber das Beste kommt noch. Die integrierte Brotzentrierung garantiert eine gleichmäßige Bräunung, egal welche Form dein Brot hat. Und die Reinigung? Ein Kinderspiel. Die Krümelschublade ist herausnehmbar und du kannst dich darauf verlassen, dass die Qualität des Toasters genauso überzeugend ist wie seine Leistung. Ich weiß, du bist wählerisch, wenn es um Küchengeräte geht. Und das ist auch gut so. Dieser Toaster ist von WMF, einer Marke, die für Qualität und Langlebigkeit steht. Du verdienst das Beste und der Bueno Pro Toaster wird dich nicht enttäuschen. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, den Gastro Bag Design Toaster, vorstellen. Mit sieben einstellbaren Bräunungsstufen und einer Speicherfunktion, die es dir ermöglicht, bis zu vier Lieblingseinstellungen zu speichern und auszuwählen, hast du die volle Kontrolle über deinen Toast. Kein Verbrennen mehr, keine halbherzigen Versuche, die perfekte Bräunung zu erreichen. Die extra breiten Toastschächte sind nicht nur perfekt für deine Lieblingsbrötchen, sondern auch für Hamburger Brötchen geeignet. Kein Zerdrücken mehr, dein Brötchen wird so perfekt getoastet, wie du es magst. Aber das ist noch nicht alles. Der Countdown-Timer zeigt dir genau an, wie lange es dauert, bis dein Toast fertig ist. Und die Highlift-Funktion ermöglicht es dir, kleine Backwaren problemlos herauszunehmen, ohne Gefahr zu laufen, dass sie stecken bleiben. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up-to-date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen 4-Scheiben-Toaster.